Ich denke, wir Deutschen können nicht stolz sein auf unsere Berge, auf unsere Wälder, denn dafür können wir ja nichts. Warum kommst heimlich du zu jedem Rondehung? Warum sagst du zu mir so selten, I love you? Warum ist Küssen denn bei uns so oft tabu? Sag warum, 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 warum? Weil wir uns nur heimlich sehen. Sie wird nie heimlich, wurde ausgestiegen.